Keine Angst, wenn Sheriff Fudzi Jones irgendwo einbricht, dann geschieht es im Namen des Gesetzes. Er sorgt dafür, dass auch im Wilden Westen Recht und Ordnung herrschen. Unerschrocken bekämpft Fudzi Mörder und Gangster, die ihn aus dem Wege räumen wollen. Weniger Glück hat er jedoch beim Kampf mit der Tücke des Objektes. Aus den gesammelten Werken von Fudzi Jones. Ein Mädchen ging im Wald spazieren, um sich zu amüsieren. Da gab es plötzlich einen Krach. Das Mädchen fiel in einen... Fluss. Sag mal, was reimt sich denn auf Krach? Wegen dieses Päckchens sollte ich Schmierer stehen oder hast du den Laden überfallen? Ich habe nur etwas gekauft und mehr dafür bezahlt, als es wert ist. Das ist wohl ein Sattel für ein Heupferd, oder? Nein, ein kleines Geschenk für Mr. Galloway, für seinen Bauch. Hm? Seh mal, Fudzi. Sie haben Galloway erwischt. Das sind Dors und McCord. Los hinterher. Worauf wandten wir noch? Fudzi ist wirklich ein Teufelskerl. Er versucht mit seinem Freund Chayenne überall gleichzeitig zu sein, um die Gangster zu stellen und die Unschuldigen zu schützen. Manchmal jedoch stellt er sich nicht gerade sehr geschickt an. Wer hat mein Pferd umgedreht? Lachen 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 Lachen